Herzlich Willkommen zum Landestrainer Tipp der Woche. Heute werde ich euch eine Spielform in Überzahl zeigen, und zwar 3 gegen 3. Dabei werden uns unsere Internatspieler helfen. Bei 3 gegen 3 geht es vor allen Dingen um Lücken kreieren und Lücken anspielen. Wir haben einen sehr, sehr kleinen Raum. Wir können sehr, sehr gut Aufschlag und Aufschlagannahme üben. Wichtig ist es dabei, dass immer Bewegung auf dem Feld herrscht. Los geht's! Wir können sehr, sehr gut auf dem Feld herrscht. Wir können sehr, sehr gut auf dem Feld herrscht. Und Stopp! Viel Spaß beim Ausprobieren bei dieser Spielform und vielen Dank fürs Anschauen vom Landestrainer Tipp der Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.